Ihr wisst doch, ich war im Dschungel, um die frischesten Zutaten zu holen. Das sind mal Möhren. Das ist so richtig frisch. Das sind Mangos. Das ist der frischeste Rucola, den die Welt je gesehen hat. Wisst ihr, wie toll euer Sushi wird mir das verabelt? Lasst uns mal loslegen. Ich mach jetzt noch ein bisschen Sushi. Ja, was habt ihr da alles gemacht? Ich erkläre es dir doch. Hör mal zu. Geh mal nicht. Okay, okay, okay. Lass andere reden. Der Pete, der kann nervig sein. Ernsthaft? Ja, das weiß ich doch alles. Das ist das Beste. Wir haben uns total gut verstanden. Ja, klar. Wusstest du auch, dass die unglaublich viele Blaststoffe enthalten? Der ist halt irgendwie so ein Besserwisser. Ja, aber das macht man doch. Okay, okay. Macht man das so? Macht man das wirklich so? Naroni, sie lächelt zwar immer, aber selbst sie hat mir angedeutet, dass es ab und zu unangenehm war. Vielleicht muss man wirklich zuerst die Karotte da reinmachen? Wir sind ein Team. Wir sind so. Ja, ich glaube, ich werde den wiedersehen, aber wollen. Das ist einmal unsere Piece of the Portsmouth. Ja, da hast du Piece of the Ports. Piece of the Ports. Piece of the Ports, verstehst du? Ja, verstehst du? Ja. Wortspiel alles. Only Fans, Only Fans, Alter. Das sind alles Wortspiele. So, Zuckerbohnen, Edamama haben wir zu einer Creme gemacht. Mit Gurken und oben natürlich die Shiyu-Kresse. Das wirst du merken vom Geschmack, das wird Bombe. Super. Das ist jetzt unsere Teriyaki-Soße. Ich mache dir jetzt überall was drauf. Das ist geil, die Soße ist geil. Hier haben wir hier mit den fermentierten Möhren, die werden nämlich eingelegt. Eingelegt? In was? Ich wollte unbedingt wissen, was es ist, aber nein. Das kannst du natürlich schon selber ausprobieren. Also, das bleibt unser Geheimnis. Nein, das ist ein großes Geheimnis. Jemals. Was diese Köche da zaumeln. Unbeschreiblich lecker. Hopp. Alles auf einmal, komm. Mehr schaffst du nicht? So ein großes Maul, aber Sushi, auch noch mal. Allein schon der erste Bissen, garantiere ich dir, du wirst nicht drauf klarkommen. Also, wirklich. Ein bisschen Sojasauce, hau rein. Das musst du probieren. Das musst auch du probieren, Ed. Das müsst ihr mal probieren. Probieren. Das musst du probieren. Die erste Bissauce, das ist das Bissauce. Die erste Bissauce, ich gebe euch. Das ist das Bissauce.